Der SPD-Parteivorsitzende Klingbeil und der Fraktionsvorsitzende Mützenich haben bei einem überraschenden Besuch in Kiew weitere Unterstützung versprochen, auch militärische. Nach dem Gespräch mit Außenminister Kuleba sagte Klingbeil, dass es nun um eine schnelle Lieferung der versprochenen Leopard 2-Panzer und schnellere Produktion von Munition gehe. Mützenich betonte die Solidarität der SPD mit der Ukraine. Kiews Bürgermeister Klitschko nannte den Besuch der beiden Politiker ein wichtiges Signal.